Ja, sicher, ich bin ein Gummi-Mensch. Gummi-Mensch? Sag bloß nicht, du hast mal von der Teufelsrucht gegessen, genauso wie Captain Eldorago. Eldorago, wer ist das denn? Wer ist das? Hört der auch zu der Bande? Hey, du machst wohl Witze. Vor dir steht Hubio, der Superpirat. Der Superpirat? Ja, genau. Ich will die Goldinsel finden. Die Klunkern interessieren dich. Ich will Gold. Ganz einfach, weil ich der König der Piraten werde. Wow, eine Geheimtür, wie hast du die denn nur gefunden? Die ist mir sofort aufgefallen, du Schwachkopf. Und wo ist jetzt das Gold? Ich hab's vergessen. Wie bitte? Wenn auch nur ein einziger Mensch daran glaubt, dass er noch am Leben ist, dann gibt es ihn vielleicht noch. Wieso? Wieso zögerst du denn? Los Jungs, ab auf die Grand Line! Dreht kein Müll!